hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von eurer gameplayerin heute handelt es sich um ein tipps und tricks video zum spiel disney dreamlight valley ich hätte euch das ganze gerne bei sonnenstein gemacht aber das problem ist kurz bevor ich die aufnahme gedrückt habe ist es ja am regnen gewesen und wir machen einfach das beste draus ich sag mal viel spaß es geht im folgenden video um meine täglichen routine in disney dreamlight valley für alle sehr nützlich die ja von anfang an alles richtig machen wollen aber natürlich auch für die leute die gerade hier stehen im spiel und denken ich weiß gar nicht mehr so richtig was ich eigentlich noch machen soll bis das nächste kapitel rauskommt holz blumen kräuter und steine sammeln ja tipp nummer eins wäre auf jeden fall sammelt jeden tag holz am besten klappert ihr alle gegenden ab wo ihr hin könnt weil dann habt ihr ja verschiedene holzarten die solltet ihr dann alle einsammeln weil ich kann euch wirklich nur diesen gut gemeinten rat geben ich weiß es ist sehr lästig solche farm arbeiten zu machen generell also dass man sachen einsammelt aber es ist wirklich wahnsinnig wahnsinnig wichtig wenn ihr die nicht dann erst einsammeln wollt wenn ihr tatsächlich die quests dazu habt es gibt einige quests im laufe des spiels wo jede menge holz braucht in erster linie ich glaube es war hart holz und weichholz aber natürlich auch andere holzarten werden immer mal wieder gebraucht das gleiche gilt übrigens auch für die blumen die solltet ihr definitiv auch sammeln das wäre dann quasi tipp nummer zwei sammelt täglich am besten überall in allen gebieten auch die blumen die ihr findet lauft einfach mal so ein bisschen in der gegend herum hier ist noch ein stück holz das nämlich auch direkt mit lauft einfach ein bisschen in der gegend herum schnappt euch alle blumen wie gesagt schnappt euch auch das holz das holz da werdet ihr vermutlich wesentlich mehr von finden von den blumen leider nicht so die haben alle so ihre speziellen spawn orte da könnt ihr dann immer nachschauen sowohl das holz wie auch die blumen wie auch beispielsweise die gewürze was jetzt hier gerade im hintergrund seht das war jetzt knoblauch was ich geerntet habe die solltet ihr auf jeden fall auch einsammeln das wäre dann quasi tipp nummer drei wenn man es einzeln machen möchte einmal am besten täglich immer die runde gehen und überall dann auch entsprechend die gewürze einsammeln also zusammenfassend könnte man jetzt sagen sammelt einfach so viel wie es geht ein sei es holz sei es blumen sei es gewürze sei es irgendwelche kleinteile die irgendwo liegen das ist auf jeden fall wichtig und dann habt ihr nämlich nicht die mühen wenn ihr wirklich mal vor einer quest steht dass ihr die sachen braucht und sie dann erstmal noch großartig sammeln müsst edelsteine farben und die mine nutzen ja dann kommen wir zum nächsten tipp immer die edelsteine beziehungsweise diese stein vorkommen mitnehmen es gibt einige wie jetzt zum beispiel ins maragd habe ich hier abgebaut es gibt einige steine die ihr beziehungsweise edelsteine die ihr nicht so schnell findet wo ihr dann vielleicht mehrmals zu den gleichen punkt hingehen müsst und dementsprechend dauert das natürlich auch lange bis ihr die sachen dann gefarmt habt und wenn ihr jetzt beispielsweise für eine quest ich sage jetzt mal fünf von den dingern haben müsst die aber nur alle drei vier runden oder sowas vielleicht mal auftauchen wenn ihr sowas abbaut dann habt ihr auf jeden fall großen vorteil wenn ihr die sachen vorher schon abgebaut hat ja definitiv zum gleichen thema gehörend hier auf der sonnigen ebene hier glaube ich ist auch der standardort wo ihr euch normalerweise hin teleportiert oberhalb von der brücke da ist der eingang hier am wasserfall wenn ihr das freigeschaltet habt dann geht ihr da rein und dann kommt ihr in die mine in der mine sind überall solche steinvorkommen die ihr ja abfahren könnt da können steine bei rauskommen da können edelsteine bei rauskommen aber es kann auch gold dabei rauskommen und ich meine dass es hier auch eisenerz gibt aber gold könnt ihr auch hier auf jeden fall sehr gut farmen und auch spezielle ach so ein kristalle gibt es hier auch noch genau das war jetzt zum beispiel einer von diesen kristallen ich zeige euch das noch mal eben die nennen sich vitalis kristalle also wenn ihr die braucht die braucht ihr nämlich später noch für eine quest die solltet ihr auf jeden fall sobald diese höhle frei ist solltet ihr die farm büsche und bäume ernten ja mein nächster tipp ihr solltet auf jeden fall täglich büsche und bäume ernten büsche das sind diese ja doch ziemlich großen büsche wo ihr dann bären draus pflücken könnt beispielsweise bäume sage ich jetzt mal zu allem was jetzt größer ist zum beispiel hier diese bananen bäumchen die solltet ihr auf jeden fall täglich einmal abpflücken beziehungsweise einmal ernten damit er dann nicht irgendwann da steht und eine größere menge von den sachen braucht oder vielleicht rumexperimentiert und ja ihr habt es dann einfach nicht ihr könnt es zum beispiel so machen wie ich das jetzt hier gemacht habt im laufe des spiels schaltet ihr doch jede menge bäumchen frei wie man sehen kann die habe ich jetzt alle so schön in einer reihe aufgestellt da ich dann da keinen platz mehr hatte habe ich dann da hinten weiter gemacht und hier vorne stehen dann auch noch welche da könnt ihr dann einfach immer einmal die reihe entlang laufen und könnt entsprechend dann alles abfarmen felder ernten um geld zu erhalten ja und der nächste tipp den seht ihr schon im hintergrund ich habe zwei felder ein kleines feld und ein großes feld hier auf der wiese das solltet ihr auf jeden fall auch machen also nicht unbedingt zwei felder aber nach möglichkeit schon ein ziemlich großes feld ich habe damals angefangen mit karotten das fand ich für mich persönlich wirklich das beste was ich machen konnte da ist jetzt auch schon wieder der nächste tipp so ein bisschen verwoben wenn ihr solche sachen macht ich meine das könnt ihr auch gerne machen wenn ihr jetzt die anderen sachen macht früchte farmen beispielsweise also von den büschen und den bäumen oder auch wenn ihr einfach nur steinvorkommen abbaut und 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 ihr solltet immer jemanden mitnehmen entweder nimmt ihr jemanden mit der dann auch dementsprechend ausgelernt ist so zu sagen also man kann sich ab level drei was glaube ich entscheiden was derjenige ja für eine freundschaft sozusagen mit euch hat wenn ihr die leute anspricht dann steht da lasst uns abhängen und dann kommt derjenige immer mit euch mit also euer kumpel nenne ich ihnen jetzt mal und dieser kumpel der kann euch helfen wenn der zum beispiel auf gartenarbeit eingestellt ist dann kann man hier das ganze feld wenn denn reif ist es sind jetzt kürbisse drauf aktuell das wäre der zweite tipp dass ihr dann mit der zeit wenn das ganze soweit freigeschaltet ist kürbisse anpflanzt anstelle von den möhren und zwar müsst ihr dafür einmal das vergessene land hier freischalten und hier ist es und den stand von goofy entsprechend ja aufbauen sage ich mal und dann könnt ihr dort kürbissamen kaufen und die könnt ihr dann im endeffekt überall einpflanzen ich habe mal irgendwo gelesen dass es schneller gehen soll dass die wieder fertig sind wenn man sie immer im eigenen land also da wo goofy das ganze verkauft als samen anpflanzt ich habe es aber noch nicht so festgestellt wobei ich auch nur höchstens zweimal am tag das ganze abernte da fällt das ganze dann nicht so richtig ins gewicht ihr könnt übrigens den regen ausnutzen und euer feld nicht gießen weil dann ist euer feld sofort gegossen das nur mal als kleinen tipp am rande und ja wie gesagt wenn ihr eure kumpels dabei habt dann geht das ganze zwar nicht schneller aber ihr werdet zusätzlich kürbisse ernten und je höher derjenige natürlich ausgebaut ist vom level her und es kommt auch darauf an ob derjenige speziell für die gartenarbeit ausgebaut ist dann erhaltet ihr mehr von diesen kürbissen die ihr dann natürlich auch verkaufen könnt also unterm strich ist es letztendlich bares geld was ihr mehr bekommt für diejenigen unter euch die es übrigens nicht wissen wenn ihr mal so ein ja gelblichen wie so ein kleines tor ungefähr sieht das aus so gelben gelblichen bogen auf dem feld seht dann schaut dass ihr am besten von eurem begleiter abgewendet steht beziehungsweise von eurem kumpel abgewendet steht weil die nämlich gerne reinlaufen und euch dabei stören so dass man die nämlich anspricht und dann unterbricht das ganze tippt immer auf diesen auf dieses gelbe feld drauf weil dann könnt ihr aus einem einzigen feld ich weiß nicht wie vieles maximal sind wenn ihr es wisst schreibt es gerne unter die kommentare könnt ihr etliche von diesen zum beispiel kürbissen dann nochmal zusätzlich pflanzen ich würde mal sagen so 10 15 stück bekommt ihr da auf jeden fall raus wenn ihr nicht von eurem kumpel gestört werdet Tiere zähmen dann der nächste tipp ihr solltet schauen dass ihr jeden tag Tiere zähmt hier haben wir zum beispiel einen waschbären da dürft ihr immer nur hingehen also einmal hintippen wenn er sich hingesetzt hat ansonsten dürft ihr euch nicht bewegen dazu werde ich auch nochmal ein separates video machen aber auf meiner homepage steht das ganze auch nochmal beschrieben und ja wie gesagt immer mit einem schritt weiter nähern irgendwann setzt er sich hin dann kann man sich noch ein bisschen nähern e drücken und in dem fall ist es so dass die waschbären sehr sehr gerne blaubeeren essen die könnt ihr dann füttern und im besten fall nach dreimal wenn sie ihr lieblings essen bekommen also die werfen dann ja auch immer noch so was kleines aus dreimal wenn sie ihr lieblings essen bekommen haben danach werden sie dann bei euch als begleiter aufgezeigt das ganze findet ihr dann unter sammlungen kleintiere und hier habt ihr dann eine übersicht welche tiere das sind dann die die man deutlich sieht ihr schon zu freunde gemacht habt und welche tiere ihr noch nicht habt in meinem fall ist es so dass ich immer noch nicht die voraussetzung freigeschaltet habe für den nektar vogel das heißt da habe ich zum beispiel leider gar keinen von von den kaninchen möchte das weiße kaninchen irgendwie nie kommen wenn ich da bin das ist sehr blöd meistens wenn ihr so dann drauf geht könnt ihr aber sehen zum beispiel der blaue ist jetzt heute den ganzen tag da oder das kaninchen ist heute gar nicht da manchmal das steht jetzt gerade natürlich nicht drin wenn man es zeigen möchte manchmal steht dann auch dass die von mittags dass die nur mittags da sind oder von so und so viel bis so und so viel uhr steht jetzt leider heute nicht mit dabei aber hier könnt ihr das ganze dann nachgucken um dann gezielt eure neuen begleiter ja zu bestechen sozusagen also dreimal zu füttern und damit zu euren freunden zu machen täglich neue angebote bei dagobert eine andere sache die ich mir angewöhnt habe was ich täglich mache ja man kann es unschwer erkennen und zwar ist das das shoppen bei dagobert das könnt ihr natürlich noch nicht von anfang an machen aber ihr seht schon hier sind sehr viele schöne sachen drin diese toilette beispielsweise habe ich bisher noch gar nicht gehabt soweit ich mich erinnern kann und da sind auch noch viele andere coole sachen nicht unbedingt immer an dem tag wenn man guckt ihr seht schon ich habe jetzt noch dreieinhalb millionen übrig ich habe jetzt schon länger nichts mehr gefarmt da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher ob ich das jetzt schon habe also das ist mir aufgefallen man muss ein bisschen aufpassen weil die sachen kann man doppelt kaufen ich bin mir nicht sicher ob das auch für muster gilt das wäre ja eigentlich unlogisch aber natürlich solche sachen wie dinge die man auf den tisch stellen kann lampen oder jetzt hier beispielsweise diese diese stühle solche sachen kann man auch bei dagobert bestellen übrigens wenn man ihm anspricht aber man kann es natürlich auch wenn man das jetzt nur einmal haben möchte einfach durch den laden gehen wenn man genug geld natürlich dabei hat sich die sachen angucken die leute die einem weg stehen einfach zur seite stoßen und dann mit dagobert herumlaufen und einfach alles kaufen was man gerade möchte bei mir ich gebe es zu ist es tatsächlich so dass ich reinlaufe gar nicht mehr großartig darauf achte ob ich das jetzt schon habe oder nicht sondern wenn mir irgendwas gefällt dann kaufe ich mir das einfach auch wenn das jetzt zum bett von mal eben 23.000 ist am anfang habe ich da sehr sehr schwer schlucken müssen oder dann hing hier beispielsweise kleider für 50.000 oder so und ich habe erst mal gedacht nee das geht gar nicht so viel geld werde ich im leben niemals haben und ja ich habe da mit den kürbissen angefangen den tipp habe ich euch ja schon vorhin erklärt und ja hab nach ein paar mal abernten dann doch so einiges an geld noch bekommen und dann kann man einfach hier so durch den laden laufen und schöne oder nicht so schöne sachen die man aber trotzdem irgendwie gerne haben möchte kann man die dann einfach kaufen wallys garten ernten dann habe ich noch den tipp wenn ihr mit der questlinie von wallys soweit seid und ihr den garten renoviert habt das ist das ding hinter mir also bis auf die werkzeugecke hier vorne die habe ich selber dahingestellt aber die ganzen sachen die hier angepflanzt sind die solltet ihr einmal am tag einfach komplett abernten dann ist es hier komplett leer auf diesen viereck aber boli ist fleißig er wird garantiert bis zum nächsten tag wieder neue sachen dahin gepflanzt haben die ihr dann wieder ernten könnt anständen zutaten kaufen dann der nächste tipp für heute und zwar sind das goofies stände ihr habt ja die möglichkeit immer entweder die samen von den entsprechenden sachen zu kaufen in dem fall ist es wirklich mal eins zu eins hier drin das ist nicht immer so es kann auch schon mal sein bei dem anderen stand dass da drei kartoffeln drin liegen oder so oder jetzt in diesem fall drei möhren beispielsweise da ist es dann so dass ich immer mal schaue was geht schneller also möhren würde ich kaufen wenn ich jetzt wirklich mal keine mehr hätte weil ich einfach nicht die lust habe die jetzt anzubauen weizen dauert auch was länger den kaufe ich mir eigentlich auch zwischendurch mal mit salat habe ich eigentlich immer zu wenig von dementsprechend kaufe ich das auch und so mache ich das dann im endeffekt dass ich mich hier so ein bisschen in der gegend herum bewege die ganzen stände mal eben durchschaue und ja überall die sachen kaufe die ich gut gebrauchen kann die ich dann in mein lager rein tue und ihr solltet wirklich dafür sorgen dass ihr mit der zeit ein großes lager habt dass ihr ganz viele kisten da drin stehen habt idealfall wäre natürlich pro kiste eine sorte also beispielsweise in einer kiste nur die möhren in der anderen kiste nur die äpfel in der nächsten kiste nur den sand und so weiter und so fort der nächste tipp ist eigentlich eng verbunden mit goofy wenn man so möchte wenn man bei christoph in der linie durchgekommen ist hat man die möglichkeit christophs stand zu bauen der verkauft finde ich persönlich sehr gute sachen weil ziegelsteine da kommt man ja nicht so einfach dran die kann man sich glaube ich nur herstellen fasern kaufe ich mir auch jedes mal mit eigentlich kaufe ich mir immer alles hier leer lehm hatte noch im angebot schneebälle hatte zwischendurch mal im angebot ich bin mir nicht sicher kann sein dass er auch sand im angebot hat kieselsteine steine habe ich sowieso immer viel zu wenig die kaufe ich mir dort auch und da ich jetzt gerade ein paar große quest gemacht habe kommt mir das weichholz auch sehr gelegen fische von vajana dann noch ein großer tipp zur täglichen routine wenn ihr in der vajana quest so weit gekommen seid dass ihr hier dieses boot freigeschaltet habt geht auf jeden fall einmal am tag dort vorbei weil ihr könnt das ganze komplett ausbauen bis zu einem fischlimit von 20 stück und dann könnt ihr alle fische einsammeln sofern ihr genug platz habt ich habe jetzt leider nicht alle einfach nicht alle einsammeln können weil ich nicht mehr genug platz im inventar habe aber das sind ganz viele tolle sachen teilweise dabei da ist hummer dabei da sind krabben dabei da sind viele tintenfische eigentlich immer dabei den lanzenfisch hat man auch immer öfter der zander ist nicht ganz so oft drin der barsch ist sehr oft da drin das sind alles sachen die ja auf jeden fall oder viele davon auch auf jeden fall auch mal in der quest gebrauchen könnt oder beispielsweise den hummer braucht ihr auch um die krokodile zu zähmen rezepte lernen ja ich wollte eigentlich zum letzten tipp übergehen aber da ist mir noch was dazwischen gekommen was auch eigentlich ein tipp ist wobei ich das so gesehen schon erwähnt habe schaut dass ihr immer genügend steine habt die werdet ihr automatisch bekommen immer mal wieder wenn ihr da hinten solche erz vorkommen abbaut aber schaut wenn ihr jetzt so große nochmal im weg liegen habe von den steinen dass ihr die definitiv auch mitnehmen weil ihr werdet unmengen an steinen und ein weichholz brauchen um diese kisten hier unten links nachher zu bauen ja und dann kommen wir nun wirklich zu meinen letzten tipp beziehungsweise meine letzte tägliche routine und zwar ist das das rezepte lernen man kann ganz viel ausprobieren und dafür ist es natürlich auch wichtig dass man genug von den einzelnen zutaten hat wie gesagt deswegen kaufe ich dann zum beispiel zwiebeln spargel zucchini und so weiter beziehungsweise zucchini doch kann man auch kaufen gibt es aber auch immer wieder bei walli also das spielt alles so ein bisschen mit den seetang kriegt ihr auch wenn ihr glück habt bei allerdings ist der sehr einfach zu besorgen da müsst ihr einfach nur an ja an wasser im prinzip gehen dürften nicht in eine vorgesehene angelstelle rein halten sondern müsst irgendwo angeln wo kein fisch angezeigt wird und da gibt es dann meistens seetang also das schlimmste was ich bisher hatte war 50 50 dass mal einfache fische kamen und seetang immer in der abwechslung aber ansonsten kriegt man das eigentlich ziemlich gut ja wenn ihr dann davon genug habt dann könnt ihr diese ganzen rezepte ausprobieren also ich habe jetzt auch schon einiges mittlerweile freigeschaltet ich bin dabei auch noch den rest freizuschalten wobei ich noch nicht alle zutaten habe ich kann euch auch mal kurz zeigen nämlich wenn ihr auf u geht dann auf sammlung klickt und dann auf gerichte da seht ihr dann immer welche gerichte das sind also in dem fall könnt ihr jetzt auch schon sehen die ich freigeschaltet habe was man dafür braucht da seht ihr immer welche gerichte das sind und zum beispiel hier beim kaffee da steht unten nur ein fragezeichen drin da müsstet ihr dann selber überlegen was ihr dafür brauchen würdet beim latte ist es zum beispiel so ich habe keine kaffeebohnen die werde ich noch freischalten können aber soweit bin ich noch nicht ich meine es war mit der stitch quest dementsprechend konnte ich da jetzt auch noch nicht rum experimentieren aber da gibt es ganz viel da gibt es essen da gibt es trinken dann hier zum beispiel gedämpfter fogu fogu ist ein fisch den habe ich aber leider nicht vorrätig also gehe ich davon aus dass ich dieses rezept ohnehin nicht machen kann also werde ich auch nicht darauf kommen oder hier zum beispiel poschierter basilikum butter stör ich meine da steht wahrscheinlich schon im namen drin was man alles dafür braucht aber den stör habe ich im moment auch nicht vorrätig ja und so könnt ihr dann immer so ein bisschen überlegen was braucht man dafür bananeneiscreme beispielsweise ach so ja steht ja jetzt unten also da ist es ja eigentlich logisch dass man eis nimmt also dieses ice crush oder wie das heißt diese bläuliche unten links das bananen drin sein müssen ist logisch dann ist das ja normalerweise immer mit milch gemacht und in dem fall ist das wohl noch ein bisschen gezuckert und dafür kann man jetzt beispielsweise das zuckerrohr nehmen also so kommt ihr dann mal mehr mal weniger gut auf die zutaten von den sachen von den rezepten die ihr haben wollt übrigens wo wir gerade beim thema rezepte sind wenn ihr mit remi soweit seid dann könnt ihr hier hinten bei ihm im restaurant die folgenden sachen kaufen und zwar könnt ihr käse kaufen milch eier butter das sind erdnüsse und dieses slush eis nennt sich das damit könnt ihr dann die ganzen eis sorten machen das wird nach und nach aufgebaut je weiter ihr in der hauptquest mit remi kommt ja das waren so meine tipps beziehungsweise meine täglichen routinen was ich immer in disney dreamlight valley mache natürlich müsst ihr das nicht jeden tag machen aber ihr solltet wenn ihr die möglichkeit und die zeit habt das zu machen solltet ihr das schon am besten jedes mal machen wenn ihr euch ins spiel einloggt alles natürlich nur insofern ihr die sachen schon freigeschaltet habt aber ihr habt ja jetzt einiges gehört was man freischalten kann und wo man fahren kann und ja kleinen tipp am rande noch ich habe zum beispiel einige bäumchen habe ich aus anderen ebenen rüber gesetzt also das ist alles kein problem ihr drückt einfach die f-taste dann habt ihr diese übersicht hier dann schiebt ihr das ganze rein und dann könnt ihr raus zoomen und die bäumchen beziehungsweise hier unten die büsche und so weiter die könnt ihr natürlich hinstellen wo ihr wollt aber ihr könnt wirklich überall von den gebieten natürlich nur die ihr schon freigeschaltet habt könnt ihr überall nachschauen und sagen wenn das jetzt ein busch wäre den nehme ich mir den ziehe ich mir rüber und stelle den woanders hin das könnt ihr ganz einfach machen und wenn ihr dann soweit fertig seid drückt ihr einfach escape und dann kommt er wieder aus dieser ansicht raus ja ich hoffe ich habe euch etwas weiterhelfen können schreibt mir doch gerne in die kommentare wenn ihr selber schon länger spielt ob ihr noch weitere tägliche routinen habt was ihr so macht was ihr ja vielleicht am sinnvollsten findet und wenn ihr noch nicht so lange dabei seid könnt ihr natürlich auch gerne schreiben was ihr bisher schon freigeschaltet habt beziehungsweise ja woran ihr euch haltet oder ob euer innerer schweinerhund sozusagen ob der bisher immer gewonnen habt und ihr dann doch nicht so die lust hattet vielleicht euch um solche sachen zu kümmern ja ich finde es sehr schön dass ich zumindest beim abschluss jetzt wieder strahlenden sonnenschein habe damit dieser nicht wieder schnell verschwindet verabschiede ich mich dann erstmal von für heute und ja hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dann ciao